Wer warst du, bevor die Welt dir sagte, wer du sein sollst? Diese Frage kann dir keiner beantworten, nur du selbst. Löse dich von allem, was dir nicht gut tut und komme ganz an bei dir. In Meditation wirst du still und ziehst all deine Sinne nach innen. Du atmest ein, du atmest aus. Jesus, verbinde hier Körper, Geist und Seele zu einer Einheit. Spüre deine Natürlichkeit, deine Schönheit, deine pure Essenz. Mit jeder Sekunde vergeht deine Zeit. Deine Zeit, in der du vielleicht unglücklich bist. Deine Zeit, in der du Angst hast, dich zu zeigen. Und deine Zeit, in der du noch nicht dein volles Potenzial lebst. Fühle hier ganz bewusst deine Magie. Sehe das Wunder, welches du bist und gebe dich der Fülle deiner Möglichkeiten hin. Deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Komme ganz an in deinem Moment, im Hier und Jetzt gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, nur Ankunft bei dir. Lass dich von deinem inneren Kind führen, damit du mit Leichtigkeit und Liebe dein Leben hier auf Erden leben kannst. Lass dich von deinem inneren Kind. Lass dich von deinem inneren Kind führen, damit du mit Leichtigkeit und Liebe dein Leben hier auf Erden leben kannst.